Liebe Gäste und Besucher, herzlich willkommen im schönen Posterstein. Erleben Sie mit uns einen unvergesslichen Tag voller Unterhaltung, kleinen Überraschungen und faszinierenden Eindrücken. Burg Posterstein ist auch für die jährlich ausgetragenen Ritterspiele bekannt. Erfahren Sie Wissenswertes rund um Burg Posterstein, eine Perle Ostthüringens. Staunen Sie im burgeigenen Museum und lernen Sie mehr über die Geschichte vom Ort und über die Besonderheiten von Burg Posterstein. Lassen Sie sich zu den verschiedenen Jahreszeiten im Burggarten verzaubern. Ostthüringer Tradition steht bei uns hoch im Kurs. Für Ihr leibliches Wohl sorgt zum einen das Café Eiserne Bank im Herrenhaus der Burg. Ebenso das Elegant Hotel zur Burg im Ortskerl. Wir verwöhnen Ihre Gaumen unter anderem mit traditionellem Mutsbraten nach regionaler Machart sowie weiteren regionalen Spezialitäten, die Sie probieren und, wenn es geschmeckt hat, sogar vor Ort käuflich erwerben können. In der neu geschaffenen Kultur- und Veranstaltungsscheune begrüßt Sie der Musiker Michael Kux. Immer, immer wieder geht die Sonne auf Und wieder bringt ein Tag für uns ein Leben Niemals in Neujahr, ich war noch niemals auf Hawaii In Niedes, ein Französburg, in Niedes und Niedes und Niedes und Niedes. Posterstein, ein idyllischer Ort im Sprottental mit sehenswerter historischer Burg und Kirche mit einmaligen barocken Schnittswerken aus dem 16. Jahrhundert. Im traumhaften Ortskern erwarten Sie liebevoll gepflegte Fachwerkhäuser, der neu restaurierte Auernhof mit Kräutergarten, einem Lehmbackofen und eigenem Hofladen sowie die neu gestaltete Kultur- und Eventscheune. Der Ort und die Burg Posterstein freuen sich auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen viel Vergnügen. Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht Die gibt es nicht Die gibt es nicht Die gibt es nicht